Das ist einfach eine tolle Plattform, um Kontakte zu knüpfen. Ich denke gerade auch bei Förderkörperschaften ist es sehr wichtig, vielleicht Kooperationspartner zu finden oder zu schauen, was gibt es für aktuelle Themen, was beschädigt andere Einrichtungen. Auf diesem Forum können die Stifter natürlich eine breite Palette an Dienstleistern kennenlernen. Was die Kapitalanlage angeht, lernt man zum Beispiel auch, wie kann man die Geldanlage im Einklang bringen mit dem Stiftungszweck. Digitalisierung ist definitiv ein Thema für Stiftungen, was uns auch immer mehr beschäftigen wird. Ich finde es persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch diesen digitalen Markt mit nutzen. Social Media kostet nichts, wir können es alle ganz einfach bedienen und wir werden so gefunden, wir können so auf unsere Projekte aufmerksam machen und schaffen auch da eine Sichtbarkeit. Wir als Stiftung Welthungel sind heute hier beim Hamburger Stiftungsforum, um uns zu vernetzen. Zum einen mit Partner natürlich, um zu sehen, wie arbeiten andere Stiftungen, wo können wir gemeinsam auch Projekte durchführen, aber natürlich auch, um potenzielle Förderer zu treffen. Uns ist es wichtig hier zu sein, weil wir halt in Hamburg selbst tätig sind und gerne zu Stiftungen hier aus der näheren Region Verbindungen knüpfen wollen und denen dabei helfen wollen, ihre Ziele zu erreichen. Wir können am System nur etwas ändern, indem wir als wir agieren und weshalb ist dieses Stiftungsforum Hamburg auch so sinnvoll, weil es uns den helfenden Organisationen eine Bühne bietet und hier können Kooperationen entstehen. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020